Ein herzliches Willkommen zurück zu Fairspare Entertainment Stowage. Ja, wir spielen nach 2 weiter und, falls ihr es direkt gemerkt habt, ich probiere mich gerade ein bisschen rum, ich habe mir ein neues Mikrofon geholt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ich probiere damit auch noch so ein bisschen rum und werde dann hinterher meine Entscheidung quasi preisgeben. Wir starten erstmal nach 2 rein. Ich werde dann auch jetzt erstmal gucken, so wie das Ganze läuft. Ich werde mich unterschiedlich positionieren. Ähm, und ja. Gucken wir mal. Ähm, wir muten das Ganze. Ähm, okay, warte mal. Building Power, ne? Fan Status. Ja, da müssen wir, ach nee, das war nach 3, wo wir drauf achten müssen. Oh, tschüss, okay. Orny ist schon da, ja. Gut. So. Ich werde diese Folge auch relativ schnell cutten. Zur Information für euch, die Subnautica Folge, heute, also zu dem, also morgen jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, heute muss leider ausfallen. Gucken wir mal, nee, die sind alle noch, ja. Also ich glaube, die, 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 die bewegen sich auch nicht so schnell, nee. Was steht hier? Brr, 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 okay, keine Ahnung. Einfach Brr, da steht. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. Oh. Aha. Chica, äh, Chica. Barney ist, äh, hier weitergelaufen. Chica und Freddy sind noch da. Oh. Alter, diese Reaction, diese Reaction-Time. Hier, Barney ist da. Chica, äh, äh, äh. Ist Mangle, ja. Okay, also die Nacht wird easy, ich, äh, so done. Ja, 2 a.m. Aber, was, ich hab bis jetzt noch kein Puppet oder Bloomboy oder sonst wen gesehen. Endo, mein ich. Nicht sonst wen Endo. Find ich gut. Also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Boah, vielleicht. Oh. Okay. Kann das sein, dass Chica, ne. Na. Ah, Chica. Ähm, Hello Neighbor 2 kommt bald auch wieder ins Stream. Aha. Gucken wir mal, Toggle Map. Äh, wo ist Barney? Oh. Ja. Ich dachte, ich dachte mir schon. Boah, das sieht mega cool aus. Und das mit. Ich hab aber gesehen. Direct X 9. Oh, Chica. Das. Freddy. Aber das wird ein bisschen anstrengender. Egal, das haben wir. Das sollte ich nicht zu laut sagen. Ich dachte das letzte Mal auch, dass wir es haben, aber dann wurden wir gecatcht von Chica. Ja, die klettert auch da schon wieder rein, die alte. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Akku, oder? Ah, doch. Hälfte, er ist weg. Das passt. Jetzt müssen wir... Jetzt kommen wieder diese langweiligen Momente, wo gar nichts passiert. Freddy sieht cool aus. Wäre nur ein bisschen behindert, wäre echt scheiße, wenn Barney kommen würde und gleichzeitig im Moment Chica. Ich hab mich voll erschrocken gerade, als dieses 5 oder 6 a.m. kam. Freddy. Gut, nach 3. Ich bin gespannt, also, ähm... Ich werde jetzt auf dem Call zuhören, weil... Da werde ich auch ruhig sein. Weil jetzt kommt, glaube ich, ein Mangle. Ah, ja, genau, das ist hier. Das ist aber auch wegen einem Mängel. Das ist aber auch wegen einem Mängel. Mhm. Okay. Oh, Chica ist auch schon weg. Genau, Mängel ist nämlich weg. Chica, da ist Mängel. Nee, Freddy. Wo ist Chica? Da ist Chica. Aber ich weiß... Ich weiß nicht, was... Mängel... Mängel... Was will denn Mängel... Also, wo ist Mängel überhaupt? Also, woher kommt der, meine ich? Ich denke mal, da oben auch durch, ne? Ja. M3. Oh mein Gott, nein. Da kann man nicht... Andi, ich glaube, Mängel musste man nur... Ah ja, Mängel musste man nur die Sachen hier protekten. Gucken wir mal. Okay, die sind beide da. Ich glaube, immer wenn der Bildschirm so geflackert, dann kann sein, dass sich jemand... Was? Oh, doch Balloon Boy. Oh nein. Oh. Oh, ich hasse dich, Bibi. Ich kann Bibi nicht ausstellen. Egal, wir müssen nur noch auf Mängel achten, weil die anderen drei wissen wir ja, wieso... Herkommen. Ah, ich glaube, der darf die Fans nicht destroyen. Ach so, wegen... Ja, ja, wegen... Building Temperature, okay. Hi. Ich hasse dich, Bibi. Du bist so hässlich. Wenn du ein bisschen blöd in Barney kommen würdest und dann Mängel gleichzeitig. Ja, das wird interessant. Nein. Bitte mach schnell, komm. Ich trau dem ganz nicht, ne? Irgendwas muss hier doch passieren. Wenigstens gibt's kein Puppet jetzt hier, das wär noch schlimmer. Auf den noch aufpassen, das wär unmöglich, auf die Suchbox da. Das war Bibi. Oh, oh. Ah, ich versteh's. Ich versteh's, okay. Ich versteh's, okay, cool. Aber das zieht uns Power, okay. Ja, ich versteh's so langsam, das System dahinter. Pupp, pupp. Äh. Hm. Na, super. Ich glaub, nach diesen Geräuschen, da bewegt er sich. Also Mängel, aber doch nicht. Das Problem ist, wir haben 5 a.m. Was passiert hier? Ich versteh's nicht. Ich bin schon wieder da. Wir haben 1%. Ich glaub, uns geht die Power aus. Wir haben doch kein Problem. Oh. Wir haben doch kein Problem. Oh, okay. Das war jetzt aber richtig knapp. Aber wenn das schon bei Nacht 3 war, wieso dann bei Nacht 4? Hm, egal. Genau, hier ist jetzt auch Mängel. Gut, ich würd dann sagen, das war's wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gern einen Like und Abonniere. Schau doch auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.